Rucksäcke sind nicht nur zum Bergsteigen da, sondern werden von allen Arten von Entdeckerinnen getragen. Heutzutage nutzen Mädchen auf der ganzen Welt sie für ihre eigenen herausfordernden Reisen. Nur um zur Schule zu kommen. Wir glauben, dass jedes Mädchen einen Rucksack verdient. Und das Recht auf Bildung. So können sie Führungspersönlichkeiten werden. Und sogar Wegbereiterin. Und weiter klettern. Scannt den QR-Code, um weitere Informationen zu erhalten. Denn wenn alle Mädchen das Recht auf Schule haben, kann es unsere Welt verändern. Und das Recht auf Bildung.